Gestern stand ich bei einem Kran und der hat ein Schiff aus einem Fluss gehoben. Stell dir mal vor, diese Öse mit dem Haken hätte hier zum Beispiel, hätte hier in diesem Fall als das Schiff, dieses Arbeitsschiff, wenn das an dem Haken, an dem Kranhaken hängt und dieses Schiff wird dann auf einmal nach unten gelassen. Also ich meine, es fällt, weil der Haken reißt. Was denkst du, was mit dem Schiff passiert? Du bist weg. Das Schiff ist weg, es geht ins Wasser, es fällt ins Wasser. Wenn die so arbeiten würden in der Schifffahrtsindustrie, dass die Haken reißen, dann sollen sie halt, weil das Schiff ist ein bisschen schwerer als dieser Chip, dann sollen sie halt demnächst bei der Schifffahrtsindustrie lernen, dass sie den 10-fachen oder 20-fachen Lastenaufwand berechnen beim Abschleppen. Weil dann reißt kein Haken, dann reißt wahrscheinlich die Karosserie. Ja, vor allem auch die mögliche Biegung durch eine schräge Heranziehung des Fahrzeugs. Wenn das Fahrzeug im Wald um die Ecke rumsteht, kann ich mit dem Abschlepper eben nicht in den Wald fahren. Um die Ecke rum, um 10 Bäume rum, dann muss ich das Seil eben schräg hinhängen. Also zum Beispiel, zumindest dass ich gerade das Seil zum Abschlepphaken anbringe, und dann wird der Abschlepphaken gebogen. Und wenn ich den biege, dann reißt der. Weißt du auch? Im Labor, die berechnen eben eine ganz gerade Aufnahme des Seils zum Haken, aber das ist in der Praxis eben nicht möglich, weil da steht das Fahrzeug im Unfall irgendwo in einer Ecke oder im Graben oder im Loch und da ist keine gerade Aufnahme möglich. Richtig. Und es gibt da sogenannte Metallfasern, Mikro-Metallfasern, und wenn die einmal gerissen sind, dann sind die gerissen. Und dann gibt es, ja, die werden nicht mehr in den Ursprung zurückgebracht, weil kein chemischer Prozess in der Kälte, in der Wärme, wenn sie erhitzt werden oder geschmolzen werden, ja, aber in der Kälte können diese Fasern sich nicht mehr zusammen molekular, molekulisieren, oder wie heißt das? Ja, da sind halt dann so Haarriße gebildet und dann ist halt das Material instabil und dann heißt, weil der Haken eben schräg aufgenommen wird. Eben. Das heißt, sollte man eigentlich immer was machen? Einen Stahlring aus einem Rohrstahl hinschweiten, so wie das früher war. Ja, aber es gibt zum Beispiel Auflagen, dass bei bestimmten Unfällen, die mit einem Gegenstand passiert sind, dass diese einer gründlichen radiologischen Untersuchung standhalten müssen und dass, wenn einmal eine Extremsituation bei einer Verunfallung passiert ist, dass dieser Gegenstand nicht mehr weiter genutzt werden darf, weil er nur einmal eine Hochlast aushalten kann. Aber ist jetzt deine Aufnahme gestoppt? Noch nicht, aber jetzt.